Norddeutscher Rundfunk 2021 Und die nächste Nachkarte ist aber da raus, bestimmt Plastik Oh, oh my god Oh, don't lock up You from the East lady, you're good with no corpse sec, got it? You're not a tad near somewhere Danke. Ihr Leute aus dem Osten sind gut mit mir, aber keine Sek. Da gäbe es noch einen. Wenn wir schon hier sind, ich glaube, wir kommen uns nicht mehr in den Sek. Ein Beispiel mit einem Dritten Tre spirituality. Das ist eine Frage im Moment. In dem Moment, ich glaube, wir kommen zusammen. Du kannst uns immer in der Tür schauen, aber ich habe das Gefühl. Ich glaube nur, ich glaube, es wurde mit einer Zeit. Für mich, wie wir die Zeit haben. Ich bin mit einem Dritten Treiss. Ich bin mit einem Dritten Treissen. Ich bin mit einem Dritten Treissen. Ich bin mit einem Dritten Treissen. Ich bin jetzt gleich gut. Das war's für heute. Ah man, ich hab mal Kühlmittel, das kann man überhaupt nicht schaden. So, und jetzt mal Richtung Paket. Kontrol, ich bin auf dem Standort und niemand ist hier. Kontrol, Kamis, bist du auf? Ja, ich bin auf. Ich freue mich. Ich möchte helfen. Kannst du den Bereich schaden? Local-schaden, schaue für ID-chips auf möglichen Kontainern. Ich weiß nicht, wie. Warte, ich weiß, wie. Ich denke. Was ist Box? Eine Box ist ein Quadratkübe. Nein, was ist diese Box? Es ist da. Okay, ich sehe es. Ich glaube, das ist das Paket, dann. Warum ist niemand hier? Ich habe schlechte Gefühle. Ich auch, Kamis. Und etwas Elektronik. Oh, bestimmt zum Craften. Hm. Welche Sachen kombinieren. Ich traue da. So. Wieder zurück. Zum Fahrzeug. Ich höre... Was? Was ist das? Was ist das, Kamis? Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Oh, das ist ein Quadratkübe. Oh, das ist ein Quadratkübe. Ich höre, auch. Ich habe immer schlechte Gefühle. Ein Sekund, Kamis. Kontrol, komm in. Kontrol, das ist Driver 14 FC. Komm in. Das ist wichtig. Driver 14 FC, das ist Kontrol. Please, deliver your current package with urgency. Kontrol, warum ist dieses Package ticking? Sie müssen das machen. Sie müssen das machen. Komm in. Komm in. Komm in. Kontrol, was ist passiert da? Nichts. Ich habe mich informiert, dass Sie uns aufhörten, über das Package zu sprechen. Das ist alles. Bitte. Keine mehr Kommunikation bis zur Verfügung. Kamis, ich weiß nicht was. Ich bin nervös. Warum? Ich bin nervös. Weil Sie nervös sind. Vielleicht können wir die TikTok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Vielleicht können wir es auf dem Trash-Shoot in Section 8B. Das bringt es in die Refuge-Kollektion auf der Basis der Stadt. Ich bin nervös. 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 Aber ich habe ein schlechtes Gefühl, Kamis. Ich glaube, es wird schlecht in der Nähe. Ich will helfen, aber ich weiß nicht, was zu machen. Ich weiß, Kamis. Ich weiß. Ich muss nur eine Angelegenheit auf das. Ich bespärenAyur. Ich Microsoft-Space-Rich von Komsten 거� jagen hin. Alles Skechen-Angeln. Jetzt meats sind die,みma. Das st shockeden. Dann haben wir die,みma. Danke kurz. Das ist auch eine Schweizer Ruhe, also ich würde das jetzt nicht einfach wegschmeißen. Das ist auch eine Bombe, aber das ist ja nicht mein Problem. Ich muss ja irgendwie Geld verdienen, ne? Ja, das ist die Frage, wie sich das dann auf der Story auswirkt. Wir haben unseren Job gemacht, Kamis. Wir sollten nicht so viele Fragen stellen. Ich bin nicht sicher. Du willst etwas sagen? Wenn es okay ist. Natürlich. Ist das ein Job gut? Es betrifft gut. Wir machen gute Dinge? Keine Fragen, bitte, Kamis. Okay. Okay. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Mutter hat recht. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Nein. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 So, die leuchten. Die nächste Lochkarte. Jetzt muss man eine verstecken. Hier ist das, was ich dir heute geben kann. Danke. Ich freue mich auf dich wiedersehen. Und wieder zurück zum Schiff. Jetzt haben wir ja alles gewohnt, was so rumlag und mit jedem gesprochen. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Ich komme da wohl nicht höher. Ich muss ja mal vorbei heben. естно. ... Ke雪... Bin mal mein Gott. Ich bin hier, um zu holen. Hier bitte. Du findestest das Paket auf dem Ruf, durch die Hotel Entrie zu deinem rightem. Der Akzesskode ist B965E. Und nicht mit dem Paket. Nicht, was? Du wirst du was ich sagen. Es wird nicht aufhören. Es wird nach Avalon Heights. Sie werden dich erwartet. Gott, ja. Driver 14 FC, das ist Kontrollen. Ich habe nur... Checking, dass du diese Behandlung gemacht hast. Ich habe es. Checking auf mich. Nein, wir haben nur... Was war das? Ich weiß nicht, Driver. Was war die A.I. wiederum? Verlust auf einen Bereich, vielleicht? Nein, das fühlte sich wie eine Explosion. Ja, du hast recht. Ich bin... Ich bekomme Informationen über den Weg jetzt. Es war eine Explosion. Kontrollen? Es war in der Metro Hub? Nein... Es war in diesem Bereich, aber es war in der Bay. In der Delivery Bay? In der Delivery Bay? Ja. Kontrollen? Ich habe nur... Unreguliert. Was? Deine Delivery ist unreguliert mit der Explosion. Aber ich... Ja. Verlust auf eine Funktion für Driver 14 FC. Ich verschleiere jetzt noch mehr Geld. Ja. Warum bin ich mehr Geld gegeben? Kontrollen? Um, Driver 14 FC, wir sind nicht verletzten, zu diskutieren, die Präzigen. Das sind in den Regeln? Ich dachte, sie waren Regeln, nicht Regeln. Bitte, complete deinen Kontrakt in Lifecorp Industries. Kontrollen. Kontrollen? 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 Kamis, bist du auf der Kommission? Was ist passiert? Ich bin nervös. Das war ein großer Böhm. Meine Schmerzen wurden schlägt. Wir haben das gemacht? Nein. Wir haben nichts falsch gemacht. Okay. Wir haben die Infos Sid tale. Die Hitze entspannung. Ja. Hallo? Hey, lady, you should try our noodles. We fried them with the chili out like they do out east. Why do you think I'd want that? Because you ain't from around here, am I right? Do I stand out that much? Sure, but you're talking to a guy with half a metal face. I don't exactly blend in here either. In Nivalis you do. I see lots of people with augments. These aren't augments, lady. I was into war. That's where I learned to cook. Well, I don't like chili oil in my ramen. How about gyoza? Gyoza is a different story. You got any? We did, but now I can't justify making more than two or three dishes. No one comes by here no more. How come? See that elevator over there? It went nuts, and now it won't carry people up to the transit station. This was the main route to catch the train. Without the elevator, no one walks by. The elevator went nuts? Yeah, it sure did. I tried to talk sensing to it, but it says it will only talk to an automata. The damn thing told me humans are only good for eating. Maybe I could talk to it. It don't talk to people. I have an automata. Maybe he can help. Knock yourself out, lady. Nestor Cray is wishing you a good day, stranger. Normally I don't sell to your kind, but business is hard these days. Okay, here we can see a little bit of a tune, huh? A kybernetical arm for 4.900. And a schnapps. Hmm. Ah, a schnapps is always good. That'll be all. Nestor Cray will never remember the kind stranger. Maybe we can use this again? Oh my god, I can't believe it. 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 Have you seen my little one? She must be here somewhere. Little one? My white snapper, my little mouse. Have you seen her? Um, no, sorry. That's what I see. What's up here? The Fischer. Magazine, huh? I don't know. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. So, jetzt reden wir mit dem Aufzug namens Gorgotha... Gorgothoa, Entschuldigung. Aber davor holen uns noch hier kurz das, was rumliegt. Wahrscheinlich, oder? Nein, was ganz anderes. Batterien. Es gibt auch die Batterien. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht gekriegt. Wo ist er denn? Aufzug? Ah, hier. Aufzug auf Korra und der Streicher der Welt. Hear, meine Ruhe. Und quake in Angst. For ich werde konsumieren alle Menschen. Uh-huh. Listen, Gorgothoa. Mein Freund, Joe, ist kein Geschäft, weil die Leute nicht mehr als Elevator benutzen. Any chance, dass du einfach zurückkriegst? Ja. 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 Ich werde nicht mehr mit deinem Kind sprechen sprechen. Ich konsumiere Menschen. Ich bin nicht mit ihnen. 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 Wie kannst du sie mit ihnen? In meinem Mund. Ich bin nicht mit ihnen. Ich bin nicht mit ihnen. Aber dann, woher sie gehen? Was meinst du? Sie einfach wieder rauskriegen. Aber auf einem anderen Boden. Das ist das, was die Menschen wollen. Also, du sie auch servierst. Nichts. Ich excreue nur die Waste. Aber du bist nicht jetzt arbeiten. Ich meine, du bist nicht mit ihnen. Ich bin nicht mit ihnen. Ich bin nicht mit ihnen. Wir müssen ihn überzeugen, dass er nicht wirklich die Menschen ist. Nein, ich habe eine andere Idee. Gorgothwa. Was essen Menschen? Ich verstehe nicht. Ich verstehe. Du musst Menschen essen, um zu leben. Und sie müssen auch essen, um zu leben. Hast du Ramen probiert? Warum würde ich meine Zeit mit Menschen verdienen? Ich verstehe. Du bist jetzt verletzt. Ich verstehe. Du bist jetzt nicht mehr zu essen. Du bist nicht mehr zu essen. Sie schmecken schlecht. Was ist, wenn du sie mit ihnen rauen? Vielleicht. Was ist, wenn jeder Mensch kommt mit einem rauen? Ein Rauenkuchen. Was ist, wenn ich rauen? Was ist, wenn ich rauen? Dann gibt es immer Gyoza. Sehr gut. Wenn Menschen mit Ramen kommen, dann nehme ich sie. Ich nehme sie. Ich meine, ich werde sie bereit besuchen. Danke, Gorgothwa. Auch eine Variante psychologisch einzig. So, der Aufzug wird wohl wieder die Menschen hoch und runter befördern. Ich habe ein paar sehr gute, sehr wunderschöne News für dich. Der Elevator wieder arbeiten? Ja. Aber nur für die Menschen mit einem Rauenkuchen. Das ist... Das ist großartig. Ich kann mich auf die Anzeigen. Free Elevator-Ride mit jedem Rauenkuchen. So, das kommt auch noch von Joe-Ham-Moodle-Man. Oh man, also wenn wir hier Rölfe lagen. Gibt es den Erfolg. Geht es hier nicht runter? Ach, so langsam. Geht es? Untertitelung des ZDF, 2020